Ende November dreht sich in der Messe Karlsruhe alles rund um Frauen in der Arbeitswelt. Am 27. November lädt die Women Connects, die Kongress- und Karrieremesse im Süden zur Positionierung von Frauen in der Arbeitswelt, zum Austausch in die Messe Karlsruhe ein. Hochkarätige Referenten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bieten ein umfassendes und praxisorientiertes Programm aus Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen an. Im Ausstellungsbereich können Besucherinnen mit Personalverantwortlichen von Unternehmen direkt ins Gespräch kommen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem EnBW, Bosch, Billfinger, Trumpf, DHL, Ernst & Young sowie Capgemini. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Messen im November. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!